Bei den Favoriten wurde eine Seite angezeigt, das öfteren mal besucht habe an der Stelle. Deswegen wurde dieses Video gelöscht, gesperrt und ich habe eine Verwarnung bekommen. Der vierte Tag ist heute, dass ich mir keine Pornos mehr angucken will. Und genau einen Tag später wird ein Video von meinem Kanal gelöscht. Keine Ahnung, ich bin einfach selber auf die Gedanken gekommen, habe ich das Gefühl, dass mir dieses Porno gucken nicht gut tut. Das Tool Sex ist ja dafür da, um was zu kreieren eigentlich, weißt du. Wir haben gewartet bis dann DSF damals, wisst ihr noch? Das war ein ganz anderer Zugang. Heutzutage gibt es nur drei Buchstaben ein, Enter und los. Der Kurde aus Kreuzberg sagt, ich suche Videos auf P-Hub länger als bei Netflix-Filme AMK. Yo, 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 was poppin? Wir sind wieder back. Ich konnte hier auf dem YouTube-Kanal nicht streamen, eine Woche lang keine Videos hochladen. Und genau an dem Tag oder ein, zwei Tage später jetzt, habe ich eine Verwarnung bekommen auf meinem zweiten Kanal bezüglich irgendwelchen sexuellen Inhalten etc. ist jetzt mein zweiter Kanal leider auch eingeschränkt, beziehungsweise ich habe halt eine Verwarnung bekommen und kann jetzt auch da eine Woche keine Videos hochladen. Und ich habe mich echt gewundert. Ich habe mir gedacht so, woran soll das liegen? Kann doch gar nicht sein. Was hat denn das Reaction-Video, was ich gemacht habe mit irgendwelchen sexuellen Geschichten zu tun? Und dann habe ich gesehen, hat mir einer zugeschickt einen Screenshot, dass ich während der Reaction einmal in meinen Browser reingegangen bin und bei meinem Browser, bei den Favoriten, wurde eine Seite angezeigt, die ich des Öfteren mal besucht habe an der Stelle. Deswegen wurde dieses Video gesperrt, gelöscht, gesperrt und ich habe eine Verwarnung bekommen. Und das Allerheftigste, das Allerheftigste dabei ist, dass ich genau am selben Tag, also gestern habe ich in meiner Instagram-Story mit meinen Leuten geteilt, der vierte Tag ist heute, dass ich mir keine Pornos mehr angucken will. Und genau einen Tag später wird ein Video von meinem Kanal gelöscht, weil da irgendwelche Pornoseiten zu sehen waren, kann ich jetzt eine Woche keine Videos hochladen. Was ist das für eine krasse... Ich finde das so krass, dass es genau zwei Tage, einen Tag danach passiert, wo ich das poste, dass ich damit nichts mehr zu tun haben will, wird ein Video gelöscht und ich kann keine Videos mehr hochladen, ne? Das ist ein Zeichen auf jeden Fall, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Sagen wir mal so. Das kam auch so aus dem Nix. Keine Ahnung, ich bin einfach selber auf die Gedanken gekommen, dass ich mir gesagt habe, Bro, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mir dieses Porno gucken nicht gut tut. Und dann habe ich mich ein bisschen informiert und habe für mich direkt gesagt, mach einfach mal eine Pause. Und danach habe ich mir ein paar Videos reingezogen. Wir können auch gleich mal ein Video zu dem Thema nochmal reinziehen. Und ja, ich glaube nicht, dass Pornos einen guten Einfluss auf gerade uns Männer haben. Da bin ich echt überzeugt von. Gerade dieser tägliche Pornokonsum. Immer auf irgendwelchen Seiten gucken. Du wirst überflutet mit Reizen. Du siehst da teilweise Dinge, die für dich eigentlich gar nicht normal sind. Aber du kriegst es halt angezeigt. Ich glaube, das macht mit jemandem nichts Gutes. Oder gibt es Leute von euch, die aufgehört haben, Pornos zu gucken? Eins in den Chat. Hab heute nach fünf Tagen wieder. Schaffe es nie eine Woche. Krass. Also das Ding ist, das Wichtigste, das Allerwichtigste für mich vom Gefühl her, ist es, keine Pornos mehr zu gucken. Ich hab nämlich auch Dinge gesehen, oder Leute haben mir geschrieben, dass es auch gar nicht verkehrt ist, sich mal selbst zu befriedigen. Aber dieser Pornokonsum hat halt die schlimmste Auswirkung. Sag ich mal so, weißt du? Also ich hab auch schon davon gehört, dass man, wenn man gar keinen Sex hat, sich überhaupt nicht selbst befriedigt und die komplette Energie in sich behält und sie dann in verschiedene Bahnen lenkt und daraus dann was macht, so, dass das auch sehr krass helfen kann. Aber das Allerwichtigste für mich gerade und was ich denke, was die meisten Jugendlichen und Männer in der heutigen Welt lassen sollten, ist, sich immer wieder irgendwelche Pornos reinzuziehen. Früher gab es diese Möglichkeit nicht. Du gehst auf eine Seite rauf und du kannst dir wirklich von tausend verschiedenen Frauen irgendwas aussuchen, irgendwelche Fantasien, irgendwelche Vorlieben, irgendwelche Krankensachen, die du vielleicht auch gar nicht gesehen hättest, wenn du gar nicht erst auf die Seite gekommen wärst, weißt du? Das ist schon heftig, Digga. Einer sagt, das ist Quatsch, das ist kein Quatsch, Bro. Es ist auf gar keinen Fall Quatsch, weil wenn du überlegst, es gab diese Möglichkeit für jugendliche Heranwachsende, aber auch erwachsene Männer vor einer gewissen Zeit, gab es diese Möglichkeit einfach nicht. Du konntest es nicht machen. Meine Kindheit war auch so. Wir haben gewartet, bis dann DSF damals, wisst ihr noch? Bis DSF abends diese Werbungen da gemacht hat, von wegen, was war das immer mit diesen Hotlines und so? Auf so eine Sachen haben wir damals gewartet oder irgendwelche Zeitschriften oder so. Es war ein ganz anderer Zugang. Heutzutage gibst du nur drei Buchstaben ein, Enter und los. Styko Hunter sagt, kannst du Tipps geben, weil es halt trotzdem schwer irgendwie. Ich bin noch nicht in der Position, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht in der Position, um da jetzt groß Tipps rauszuhauen, weil ich selber erst am vierten Tag angekommen bin und ich habe eigentlich, seitdem ich mich erinnern kann, habe ich Pornos geschaut. Oder mir, okay, damals halt DSF und so, aber irgendwann kamen dann Pornos und dann habe ich mir auch wirklich fast, glaube ich, mein ganzes Leben lang täglich Pornos reingezogen. Und ich habe, ich mache es einfach, ich mache es einfach nicht mehr und mir fällt es gerade auch nicht schwer, aber man weiß nicht, wie es in zwei Wochen ist, in drei Wochen ist so. Deswegen, ich kann da gerne auf jeden Fall Updates raushauen, aber ich kann jetzt noch keine großen Tipps geben. Konzentrier dich halt auf dein Leben, konzentrier dich auf die Dinge, die du machen willst, schaffen willst. Dein Sperma oder das Tool, Sex ist ja dafür da, um was zu kreieren eigentlich, weißt du, im Endeffekt sollte man das nutzen oder ist es dafür da, damit wir Kinder machen. Das ist also kreierende Energie. Und wenn du die bei dir behältst, dann gerade als Künstler oder jemand, der Sachen kreieren will, kann es dir einen guten, kann es dir einen sehr guten Vorteil verschaffen. Habe ich schon von vielen Seiten gehört. R-O-B-O-G-5-4-5 sagt, ist echt heftig, wenn man das, wenn man drüber nachdenkt. Glaube, ist für viele Normalität geworden. Ja. Ich habe mir da lange gar keine Zeit, also ich habe mir da lange gar keine Gedanken drüber gemacht, ob das irgendeinen Effekt auf mich, meine Psyche, meinen Körper, auf meine Entwicklung oder irgendwie haben kann. Habe ich nicht gedacht, dass das irgendwie einen Einfluss haben kann. Weil es halt einfach normal ist, weil jeder es so macht, auch im Freundeskreis. Aber ich kenne halt auch Leute, zum Glück war ich nie so krankhaft, aber ich kenne halt auch Leute, die sind halt da richtig gefangen drin auch teilweise, weißt du so. Ich kenne Leute, die fangen an, wenn die anfangen sich einen runterzuholen, die verbringen da Stunden, wirklich Stunden, machen 10 Tabs auf, so ist schon wieder der nächste Reiz, das nächste Ding und so. Und die verschwenden damit Stunden. Bei mir war es halt immer so, dass ich das relativ zügig hinter mich gebracht habe, so wenn ich Druck hatte, einfach rauslassen und dann weitermachen, so weißt du. Ich habe da nie die krasse Zeit rein investiert. Aber oft halt auch wegen Langeweile und so. Also ich habe natürlich mich dann direkt damit beschäftigt, auch wo ich auf die Gedanken gekommen bin. Und habe mir so einen Doktor reingezogen aus den Staaten. Der hat gesagt, dass 90% der Männer sich selbst befriedigen mit Pornos, wenn es ihnen schlecht geht. Und bei den Frauen ist es genau umgedreht. Frauen befriedigen sich selber, wenn sie sich gut fühlen. Und das ist schon so ein Zeichen, dass es auch schnell zu einer Abhängigkeit oder zu einer Droge werden kann, auch dieses Dopamin, was da ausgeschüttet wird. Weil wenn es dir schlecht geht und du machst es genauso, wie wenn du krasse Probleme hast und dann anfängst zu saufen, da kann sich auch dann ganz schnell eine Sucht entwickeln. Schon hart. Mit welchem Alter habt ihr alle angefangen? Fragt der HWA 99. Ist eine gute Frage. Ja, das ist ja auch, fühlt sich ja auch nicht geil an. Ich meine, wer hat das nicht schon mal gehabt auch von euch, dass er sich mal einen runtergegönnt hat und sich danach nicht gut gefühlt hat. So. Und wenn du Stunden da verbringst, dann kann ich mir vorstellen, fühlst du dich danach wie ein richtiges Häufchen Elend, wie ein Haufen Scheiße so. So, und das kann nichts Gutes mit dir machen, weißt du. Guckt der Kurde aus Kreuzberg, sagt, ich suche Videos auf P-Hub länger als bei Netflix-Filme AMK. Ich küsse dein Herz, Bro. Das geht auf jeden Fall in die falsche Richtung, Brudi. Trust me, man. Give me the trusty vibes, Alter. Und das aber auch. Untertitelung des ZDF, 2020